Hallo und herzlich willkommen hier zur Online-Church vom Gospelhaus. Richtig schön, dass du eingeschaltet hast. Wir feiern heute Ostern. Wenn du denkst, Ostern war doch erst letzte Woche. Alles gut, weil Jesus ist heute immer noch genauso auferstanden wie letzte Woche. Und das ist auch der Grund, warum wir als Christen am Sonntag Gottesdienst feiern, warum wir am Sonntag uns treffen, weil jeder Sonntag eine kleine Erinnerung sein soll. Jesus ist der Auferstandene. Er ist nicht tot geblieben, sondern ist auferstanden. Und so ist Ostern für viele vielleicht eine Tradition. Für andere ist es ein Familienfest, aber eben für Christen ist es das größte Ereignis der Weltgeschichte. Und wir sind hier sehr gerne in Superlativen unterwegs, aber nicht nur hier, sondern allgemein in unserem Leben. Gerade wenn es um unsere Erlebnisse geht, lieben wir Superlative. Es war der schönste Moment, es war die lustigste Begebenheit, die traurigste Verabschiedung vielleicht, oder auch das romantischste Zusammentreffen. Ich will dich heute mit reinnehmen in eine von meinen Superlativen Geschichten, nämlich meine unerklärlichste Geschichte. Es gab Unzeiten, da wollte ich tatsächlich Finanzbeamter werden. Eine richtig unbeliebte Berufsgruppe, aber trotzdem irgendwie habe ich mich da in diesen Weg hineinbegeben. Und es kommt zu dem Moment in dem Bewerbungsprozess, wo du für das Finanzamt zum Amtsarzt gehen musst. Sprich, du musst dich einmal durchchecken lassen, dass auch der Staat dafür aufkommen kann, wenn du mal, ob du gesund bist, weil der Staat halt dafür aufkommt, wenn du krank wirst. So, und und bei diesem Check haben sie gesagt, dass ich zu viel Gewicht habe. Du musst da einen bestimmten Durchschnittswert haben, den BMI, den Body Mass Index. und da war ich deutlich drüber. Und die Frau, die Amtsärztin hat zu mir gesagt, Herr Hassler, wir können da nichts machen. Das wird einfach nichts. Bitte schicken Sie trotzdem noch Ihre Blutwerte rein, weil wir brauchen das einfach, um unseren Bericht abzuschließen. Ich deprimiert, bin nach Hause gegangen, eben beim Hausarzt diesen Bluttest noch abgegeben. ein paar Wochen später bekomme ich einen Brief, in dem steht, Herr Hassler, wir beglückwünschen Sie, dass wir Sie ab September im Finanzamt einstellen können. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe keine Ahnung, was da in der Zwischenzeit vielleicht an Entscheidungen war oder was auch immer. Aber rein logisch hätte es gar nicht sein dürfen. Rein logisch hätte ich diese Ausbildung nicht anfangen können, aber aus irgendeinem unerklärlichen Grund konnte ich es auf einmal. Aus dem Nichts heraus hat sich mein Problem gelöst. Ich musste nichts tun. Irgendwo anders haben sich die Dinge gedreht. Keine Ahnung, aber ich konnte meine Ausbildung anfangen. Aber wie schön wäre es, wenn sich all unsere Probleme so in Luft auflösen könnten. Die Sucht, die auf einmal aufhört, die Schulden, die im Nichts verpuffen, Krankheit, die verschwindet, die Kinder, die auf einmal brav sind, der Nachbar, der freundlich grüßt aus dem Nichts heraus oder wir gewinnen im Lotto, obwohl wir gar kein Lotto gespielt haben. Die Vorstellung von dem Ganzen ist immer noch ganz nett. Wie schön wäre es? Aber bei den meisten Menschen setzt dann der Realismus ein und wir geben uns mit unserem mittelschlechten Zustand zufrieden. ist halt so, kann man nichts machen, man muss halt eben so durchs Leben durchgehen. Ich glaube, ein Grund, sicherlich nicht der einzige, aber ein Faktor, warum unsere Gesellschaft tickt, wie sie tickt, da taucht immer wieder das Stichwort German Angst, deutsche Angst auf, dass man nichts anpackt und alle möglichen Risiken bedenkt. Ich glaube, ein Grund dafür ist fehlende Hoffnung. Hoffnung, dass sich nicht doch noch etwas ändern könnte. Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung auf eine Wendung des Schicksals. Hoffnung auf ein Wunder. Ich glaube, Hoffnung fehlt so vielen Menschen und unserer Gesellschaft. Und hart formuliert könnte man die Frage stellen, was wäre, wenn Gott seinen Job machen würde? Was wäre, wenn Gott seinen Job machen würde? Und ich glaube, dass das Christentum heute mehr als die letzten Jahre sonst einen Grund hat, ihre Botschaft in die Welt zu tragen, weil ich glaube und meine feste Überzeugung ist, dass Gott seinen Job tut. Ich glaube, Gott hat nicht aufgehört zu wirken. Ich glaube, Gott ist nicht irgendwo stehen geblieben, sondern das ist genau das, was wir an Ostern feiern. Gott ist nicht tot geblieben, sondern ist lebendig geworden. Und das Christentum hat diese lebendige Hoffnung, dass Wunder möglich sind, dass Veränderung möglich ist, dass Gott erlebbar ist. Gott ist unsere lebendige Hoffnung. Aber das Traurigste, was ich erlebe, ist, wenn Christen auch in diese Hoffnungslosigkeit reinrutschen, wenn Christen sagen, wäre ich doch nur in einer segensreicheren Zeit geboren worden. Aber ist halt so, kann man nichts ändern, wir leben halt so vor uns her. Ich möchte dich heute herausfordern, neu den Segen Gottes in deinem Leben zu entdecken. Ja, es gibt die Seite von Trockenzeiten im Glauben und was ist, wenn Gott nicht spricht. Aber heute geht es mir darum, was machen wir, wenn wir Gott aufgegeben haben. Weil Gott gibt uns nie auf. Egal wie oft wir es verbocken, egal wie oft wir uns von ihm abwenden. Gott steht für uns immer mit offenen Armen da. Aber oft in unserem Leben, in unserem Alltag kommen wir zu dem Punkt, dass wir Gott aufgeben, dass wir nicht mehr mit Gott rechnen, dass wir Gott bestimmte Sachen nicht mehr zutrauen. Was machen wir, wenn wir Gott aufgegeben haben? Wenn wir glauben, dass Gott seinen Job nicht mehr tut? Und zwei Texte sollen uns da heute als Vorbild dienen. Und auf den ersten Blick scheinen sie vielleicht nichts miteinander zu tun zu haben, aber vertraue mir, das haben sie, sowohl in ihrer Botschaft als auch in ihrer Stellung sind sie stark miteinander verknüpft und ich glaube beide Begebenheiten sind die wohl wichtigsten Ereignisse ihrer Zeit die erste finden wir im ersten Teil der Bibel dem alten Testament die Situation ist dass das Volk Israel welches Gott sich ausgesucht hat ein Beispiel in der Welt zu sein für seinen Weg für seine Lebensweise dieses Volk ist in Gefangenschaft in Ägypten der damaligen Supermacht sie waren in Sklaverei Abhängigkeit und Gefangenschaft ein Leben an dem man nichts ändern kann und als Sklave wusstest du genau wo deine Generation her kam und wo deine nächsten Generation hingehen werden dein Urgroßvater war Sklave dein Großvater war Sklave und hat gearbeitet dein Vater hat von morgens bis abends mal hoch du selber stehst auf um zu arbeiten dein Kind wird den ganzen Tag arbeiten und wenn die Enkelkinder mal da sind wird dieses Enkelkind auch von früh bis spät arbeiten das war die Lebensperspektive eines Sklaven es gab nämlich keine Lebensperspektive gab es nicht Lebensplanung hat sich auch erübrigt wo wir vielleicht heute sagen man macht nach der Schule vielleicht erst eine handfeste Ausbildung dann studiert man irgendwas verrücktes wie Archäologie irgendwann heiratest du natürlich baust Haus zwei Kinder der obligatorische Hund und irgendwann plantst du deinen Ruhestand an der Kota Syr das gab es damals nicht das war überhaupt nicht innerhalb der Möglichkeiten eines Sklaven und in diese Situation vom Volk Israel hinein beruft Gott einen Mann nämlich Mose Mose war geborener Hebräer in diesem Volk hineingeboren aber aufgewachsen im Haus des Pharao des obersten Königs aber weil Mose jemanden umgebracht hat und Furcht hatte vor dem Pharao Furcht hatte vor dem Volk wie die Leute auf ihn reagieren würden ist er geflüchtet in die Wüste 40 Jahre lang ein Mann voller Begabung ein Mann voller Fähigkeiten verbringt 40 Jahre seines Lebens in der Wüste um Schafe zu hüten aber in einem Moment erwählt Gott ihn als Befreier seines Volkes Gott beruft Mose er hat mehr für sein Leben vor und soll das Volk Israel aus der Gefangenschaft herausführen nach einigen Herausforderungen Auseinandersetzungen und auch den zehn Plagen von denen wir lesen zieht das Volk Israel tatsächlich aus Ägypten aus nur kurze Zeit nachdem sie aufgebrochen sind kommen aber auch die Herausforderung sie stehen vor einem Meer keine Boote keine Brücke keine Fluchtmöglichkeit Denn der Pharao hat es sich dann auch nochmal anders überlegt hat sein Herr mobilisiert ausgesandt um die Hebräer wieder zurück zu holen nach Ägypten Das Volk checkt das natürlich und bemerkt die ausweglose Lage und richtet Beschwerde an Mose und so lesen wir im zweiten Buch Mose Kapitel 14 Ab Vers 11 und sie sagten zu Mose hast du uns etwa deshalb weggeführt damit wir in der Wüste sterben weil es in Ägypten keine Gräber gab warum hast du uns das angetan dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast ist dies nicht das Wort das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben lass ab von uns wir wollen den Ägyptern dienen es wäre nämlich besser für uns den Ägyptern zu dienen als in der Wüste zu sterben was die Israeliten sagen ist im Ende Fakt haben wir es dir nicht gesagt haben wir es dir nicht gesagt dass das hoffnungslos ist dass es keinen Ausweg aus der Sklaverei gibt und jetzt haben wir den Salat wir sind jetzt hier in der Wüste richtig ich bringe es richtig zynisch zum Ausdruck gab es denn keine Gräber in Ägypten warum musstest du uns aus Ägypten herausführen die Herausforderung ist zu groß wären wir nur zu Hause geblieben wären wir nur in Gefangenschaft geblieben heute können wir es genauso erleben dass Menschen in ihrer Hoffnungslosigkeit verharren und sagen hey was soll groß besseres kommen was soll nur besseres aus meinem Leben herauskommen die Sucht werde ich nie überwinden mein Hass werde ich nie los werden mein Jähzorn werde ich nie ablegen das wird nie passieren wie verdrossen und hoffnungslos muss man sein dass man in die Gefangenschaft zurück will der Grund ist dass das Volk Israel die Mission Gottes aus den Augen verloren hat sie haben das Ziel nicht mehr gesehen nämlich ein Volk in Freiheit zu sein ein Volk das nicht mehr gefangen ist in seinen Gewohnheiten in diesem Karussell von ewiger Sklaverei sondern Gott hatte etwas anderes für sie vor Gott hatte für sie vorgesehen ein Leben in Freiheit zu führen Mose stand an diesem Ufer vor ihm ein unüberwindbares Wasser hinter ihm ein murrendes Volk und auf ihn zukommt die Herrscher des mächtigsten Herrschers der damaligen Zeit wie reagiert Mose in dieser Situation Mose sagt folgendes Mose Mose aber antwortete dem Volk fürchtet euch nicht auch spannend das in der Situation zu sagen fürchtet euch nicht steht und seht die Rettung des Herrn die er euch heute bringen wird denn die Ägypte die ihr heute seht die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen der Herr wird für euch kämpfen ihr aber werdet untätig bleiben die Botschaft die Mose bringt ist kein Stress hab keine Angst hinter dir ist vielleicht ein Herr aber du sollst dich nicht fürchten warum weil der Herr für dich kämpft Gott selbst kämpft für dich du brauchst oder du kannst noch nicht mal irgendetwas tun lehn dich einfach zurück und lass Gott sein Ding machen das Ganze ist leichter gesagt als getan mit dem Herr des Pharaos im Rücken was Mose macht ist er streckt seine Hand aus das Meer teilt sich es teilt sich und die Bibel beschreibt ist dass eine Mauer links und rechts von ihnen sich auftürmt und das Volk kann durch dieses Meer dem Herr des Pharaos entfliehen und als das Volk drüben war am anderen Ufer das Herr des Pharaos noch mitten zwischen diesen Wasser Wellen war bricht diese Mauer zusammen und das Herr des Pharaos geht in diesem Meer unter und nach all dem was sie gesehen haben was das Volk gesehen hat sagt es in Vers 31 als nun Israel die große Macht sah die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose das Volk Israel hat gesehen wie Gott wirkt sie haben gesehen was Gott tut sie haben gesehen dass Gott eingreift und aufgrund dessen haben sie geglaubt ihre Zweifel wurden zerstreut sie haben Gott erlebt für ihre Rettung haben sie rein gar nichts getan sie konnten nur sich hinstellen und sich nun als gerettete darstellen was wir sehen ist Gott führt aus der Gefangenschaft heraus Gott will für sein Volk ein Leben in Freiheit die Menschen haben dafür aber rein gar nichts getan aber es ist der Startschuss für ein Leben in Freiheit die Menschen konnten es einfach nur annehmen und von den Taten Gottes erzählen was wäre wenn Gott in dein Leben eingreift was wäre wenn Gott in deine Situation in deine Probleme in deine Herausforderung eingreift wenn er in deinem Problem auf einmal das Meer teilt und du einfach nur hindurch gehen musst und am Ende sagst ich habe gar nichts getan der Herr hat für mich gekämpft aber ich bin gerettet mein Problem hat sich gelöst ich bin einfach da das ist was Gott für unser Leben tun will das ist wo der Herzschlag Gottes dass wir ein Leben in Freiheit führen können wir machen einen Zeitsprung rund 1000 Jahre nach vorne eine Gruppe von Menschen ist von Trauer übermannt sie verharren in ihrem Leben sie haben Perspektive verloren und sagen sich wir gehen einfach wieder zurück in unser altes Leben ohne Hoffnung der Grund dafür die Person auf die sie alle ihre Hoffnung gesetzt hatten ist als Staatsverbrecher verurteilt und getötet worden obwohl er unschuldig war der Name von dieser Person war Jesus aus Nazareth die verbliebenen elf Jünger saßen verkrochen in einem Raum zusammen sie sind noch am Gedanken sortieren was passiert war in den letzten Tagen als eine Frau in ihren Versammlungsraum reinplatzt und verkündet der Leichnam von Jesus ist weg aber das war keine Freuden Botschaft das war keine gute Nachricht sondern die hat noch mehr Angst herausgeholt denn auf einmal stand im Raum dass die Feinde von Jesus die die Jesus etwas antun wollten und auch schon angetan haben jetzt auch noch seinen Leichnam gestohlen haben und eventuell geschändet wird und unklar was passiert ist rannten zwei von ihnen zwei von diesen Jüngern zum Grab nämlich Petrus und Johannes und so lesen wir im Johannes Evangelium Kapitel 20 Abvers 3 da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger Johannes lief voraus schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft es schon ein spannender Aspekt dass Johannes der dieses Evangelium schreibt über sich selbst schreibt dass er schneller war als Petrus warum sollte Johannes das schreiben ich ich glaube nicht dass Johannes hier unbedingt seine besondere Schnelligkeit herausstellen will und dass er körperlich fitter war als Petrus sondern dieser Bericht im Johannes Evangelium ist das einzige Mal in den Evangelien dass wir davon von diesem Wettrennen um das Grab erfahren was uns zeigt Johannes war selber dabei Johannes war Augenzeuge Johannes hat es selbst erlebt worum kann er davon berichten und das lesen wir auch in den nächsten Versen weil sie sehr detailreich sind in dem wie sie es uns berichten dort steht nämlich und als Johannes sich von überbeugt in dieses Grab hinein sieht er die Leinentücher da liegen aber er ging nicht hinein da kommt Simon Petrus der ihm folgte und ging hinein in die Gruft und sieht die Leinentücher da liegen und das Schweißtuch das auf seinem Haupt war nicht zwischen den Leinentüchern liegen sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort man könnte sich jetzt denken warum berichtet er das so im Detail Johannes war früher da sieht das Leinentuch aber geht dann raus dann aber Johannes geht Petrus geht wirklich rein der sieht das Leinentuch und das Schweißtuch die waren aber in zwei verschiedenen Orten aber es war ordentlich das zeigt uns die detailreiche Beschreibung dass eben Johannes dabei war es bringt uns aber auch es zeigt uns bringt uns in diesen Gedankengang der Jünger hinein Petrus kommt nach Petrus ist später da als Johannes Johannes aber hat nicht alles überblickt sondern einfach nur mal grob reingeschaut Petrus geht genau rein schaut sich den Ort genau an und sieht alles ist ordentlich hätte nämlich ein Leichenraub stattgefunden dann wären die Tücher nicht ordentlich da gelegen das war der Gedankengang der angestoßen wurde wäre der Leichnam von Jesus gestohlen worden hätten sich die Räuber nicht noch die Zeit genommen Landtücher zusammenlegen noch schön die Falten rausbügeln sondern es läge alles irgendwie wild da er wusste auch die Jünger selber konnten es nicht gewesen sein weil die waren ängstlich in ihrem Versammlungsraum und so langsam dammert es Petrus Jesus muss von den Toten auferstanden sein das war Petrus Petrus hat diesen Gedankengang zuerst erfasst aber Johannes hat das noch nicht alles gesehen das in Vers 8 da ging nun auch Johannes hinein der zuerst zu der Gruft kam und er sah und glaubte ganz ehrlich wäre ich Johannes gewesen ich hätte es anders geschrieben ich hätte es geschrieben so wie ich vorher schneller beim Grab gewesen wäre hätte ich geschrieben dass ich zuerst gecheckt hätte dass Jesus auferstanden ist ich hätte mich als den totalen Held rausgestellt aber das ist die Ehrlichkeit der Bibel Johannes bringt diese Ehrlichkeit wieder er war zwar schneller am Grab er hat aber die Auferstehung später erst gecheckt ein Gedanken den ich dir da mitgeben will nur weil es bei jemandem aussieht dass er schneller unterwegs ist heißt das nicht dass er das Evangelium dass er die gute Nachricht Gottes schon ergriffen hat du kannst 20 30 Jahre mit Jesus unterwegs sein und dennoch am Herzschlag Gottes vorbeileben Jesus ist gestorben damit Sünde vergeben wird das was uns von Gott trennt das wo wir sagen Gott wir brauchen dich nicht dafür ist Jesus gestorben um eine Brücke zu Gott zu bauen damit Gemeinschaft mit Gott wieder möglich wird aber Jesus ist eben nicht tot geblieben sondern Jesus ist auferstanden dass wir nicht nur hier auf der Erde mit Gott leben können sondern ewiges Leben empfangen dass wir ein Leben nach dem Tod empfangen können in der Gegenwart Gottes Es Es ist Es ist eine Sache das Erlösungswerk Christi kognitiv zu greifen und unseren Kopf zu erfassen weil die Fakten liegen auf dem Tisch Die Glaubwürdigkeit der Bibel muss jeder ernstzunehmende Historiker bestätigen Das Neue Testament ist das glaubwürdigste Schriftstück das wir aus der Antike haben Wir haben von keinem Schriftstück so viele Abschriften und nichts ist so zeitnah geschrieben worden Wir haben Augenzeugen Berichte Der von Johannes ist nur einer von vielen Augenzeugen die die das aufgeschrieben haben die das weitergegeben haben aber nicht nur verschriftlicht haben sondern ihr Leben dafür gegeben haben die für diese Wahrheit dass hier ist es auferstanden ist gestorben sind Die Evangelien und die Berichte im Neuen Testament sind nicht verfälscht wie immer tausende von Schriftstücken einheitlich verfälschen Es ist nicht schwer die Fakten zu sehen Es ist nicht schwer die Fakten auf dem Tisch zu haben aber es ist eine andere Sache diese Fakten zu sehen und dann auch zu glauben im Volk Israel war das genauso sie haben erst ihre Zweifel gehabt kann Gott wirklich eingreifen kann Gott wirklich etwas tun aber dann hat Gott das mehr geteilt und sie haben gesehen und geglaubt bei der Auferstehung die Jünger waren ohne Hoffnung sie haben alle ihre Hoffnungen aufgegeben und sie kommen zu dem Grab sehen das Grab ist leer sie haben angefangen zu glauben sehen und glauben und so wünsche ich mir auch für dich dass du in deinem Leben siehst und glaubst dass du dich danach ausstreckst und sagst Gott egal wie hoffnungslos meine Situation auch gerade ist komm du und wirke du in mein Leben hinein hilf du mir zu glauben Gott greift ein Gott hat im Volk Israel eingegriffen er hat das Meer geteilt Gott hat in die Weltgeschichte eingegriffen indem er Jesus auf die Welt gesandt hat Mensch wurde am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist aber auch von den Toten wieder auferstanden ist Gott greift ein Gott kämpft den Kampf und dein Leben Gott lässt dich nicht allein sondern Gott ist der der für dich kämpft du hast nichts dafür getan diese Gnade Jesus empfangen zu können sondern Jesus hat aus sich selbst heraus sein Leben hingegeben er hat diese Trennung zu Gott überwunden wir können noch nicht mal irgendetwas tun um diese Gnade zu empfangen das Einzige was wir tun können ist zu sagen Jesus ich nehme dein Gnadengeschenk an ich sehe mich als gerettet an und kann von deinen Taten erzählen das ist was diese beiden Geschichten verbindet diese diese Rettung aus dieser Gefangenschaft die Rettung aus diesem Karussell der Hoffnungslosigkeit und dort wo wir in unserem Leben in dieser Trennung zu Gott verharren wo wir sagen Gott ich brauche dich nicht Gott ich weiß besser wie das Leben funktioniert aber wir in Ehrlichkeit immer wieder neu getrieben sind von Sünde immer wieder neu getrieben sind von Abhängigkeiten wo Gott auf uns schaut und zu uns sprechen will ich habe ein Leben in Freiheit für dich ich habe ein Leben das weitaus mehr bereit hält als das Leben ohne mich ich habe die Frage vorhin gestellt was wäre wenn Gott in dein Leben eingreift aber die Frage die die Bibel gerade mit Ostern auf den Tisch stellt ist was wäre wenn Gott in dein ewiges Leben eingreift was wäre wenn es eine Ewigkeit gibt bei Gott ein Leben nach dem Tod ein Leben schon hier in Freiheit und vollendet bei Gott im Himmel das was wir tun können ist die Herrschaft Jesu anzuerkennen anzuerkennen dass er den Tod besiegt hat dass er alles für uns getragen hat anzuerkennen dass Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist und er alles tun kann wo wollen wir damit rechnen dass Gott in unser Leben reingreift wo wollen wir damit rechnen dass Gott nicht aufgehört hat zu wirken sondern dass Gott der lebendige Gott ist und heute noch wirkt dass Gott in unsere Probleme hineinkommen kann und Veränderung schenkt dass Gott in unsere innersten Probleme kommt Probleme in der Ehe Probleme auf der Arbeit Probleme in der Familie dass Gott Veränderung schenken kann dass Gott ein Leben in Freiheit schenken will und vielleicht ist es für dich der Moment dass du sagst dass Jesus Herr in deinem Leben wird dass du Jesus dein Leben geben willst weil er sein Leben für dich gegeben hat weil er einen Weg zu Gott geschaffen hat und willst seine Hoffnung annehmen ich lade dich ein dass du Jesus dich zu Jesus ausstreckst und sagst Jesus begegne du mir begegne du mir in meinen Problem in meinen Herausforderungen und verändert du etwas du bist der Gott der das mehr teilt du bist der Gott der aus den Toten auferstanden ist komm du in meine Situation hinein ich lade dich ein dass du dir den Moment nimmst und zu Gott sprichst dich nach Gott ausstreckst und sagst Gott zeig dich du mir in meiner Situation in meinen Herausforderungen und ich möchte dich noch dafür segnen Jesus ich danke dir dass du der Herr bist der nicht tot geblieben ist sondern auferstanden ist und ich bete dass dort wo wir uns jetzt nach dir ausstrecken in all den Situationen in all den Lebensbereichen wo wir dich brauchen dass du kommst dass du sprichst und Jesus dort wo wir unser Leben dir neu oder auch das erste Mal geben Jesus dass du dich offenbarst dass du dich zeigst dass wir sehen und glauben können Jesus sei du bei uns in all unseren Wegen wo wir unterwegs sind dass du hineinkommst dass du hineinsprichst und hinein wirkst danke dir Amen Hey ich wünsche dir gottesreichen Segen und eine gute Woche